Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, Palmen aus Plastik, Numero uno, dos, tres. Ich hatte zwei Jahre Spanisch und ich muss immer noch so zählen, um auf die drei zu kommen. Ist quasi im Vorankommen, ja. Es steht vor der Tür, könnte man schon fast sagen. Wir haben jetzt einen Track bekommen, der heißt Sommer. Ich freue mich sehr drauf. Es ist einfach gerade Sommerweib. Heute hat es zwar ein bisschen geregnet hier so, aber es ist eine Million Grad seit einer Woche gefühlt und man hat wieder Bock, Jungs. Man kann wieder alles machen. Koronski war vorgestern, ist vorbeigefühlt. Und man kann wieder Sachen unternehmen, rausgehen, Spaß haben. Sommer. Ich mag es gerne, wenn ein Track so einen simplen Namen hat. Sommer einfach. Ich hoffe jetzt auch auf den maximalen Sommerweib von Bones und Raff hier an dieser Stelle. Ich freue mich noch mehr eigentlich fast schon aufs Musikvideo, weil ich finde, die beiden schaffen es immer, in den Musikvideos so diesen Vibe zu catchen einfach. Diesen Vibe. Wisst ihr, man hat einfach, wenn man das Musikvideo zum Song sieht, denkt man so, ja man, jetzt habe ich auch Bock, irgendwas zu starten. Ich freue mich drauf. Wir hören einfach direkt rein. Link zum Original, ganz oben in der Beschreibung. Let's, let's. Mykonos. Okay, Mykonos. Schaho Casado, Bro. Der Typ, der einfach einen wunderschönen Namen hat, ja. Und mit einem wunderschönen Video kommt er wieder. Ich habe lange, glaube ich, ich habe lange kein Schaho Casado-Video mehr gesehen, glaube ich. Boah. Der Beat baut sich so geil auf. Der Beat baut sich so unfassbar geil auf. Meint ihr, Raph, geht's gut? Meint ihr, er hat eine gute Zeit gerade? Ich glaube schon. Geil, man. Ich liebe es auch wie immer, alle Jungs, alle Jungs am Start sind, alle Jungs zu sehen sind. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen more laid back und more gechillt so. Die Melodie der Playa, all black wie der Nightrider. Hm. Geil. Oh. Ich habe was viel härter... Kann ich kurz nicht... Hier kann ich pausieren. Ich habe was viel härteres, viel schnelleres erwartet, auch von der BPM-Anzahl und so. Aber das ist echt... Ja, es passt natürlich zum Sommer. Strand-Vibes, gechillt. Hey, wir chillen so ein bisschen. Hey, wir chillen. Maxwell. Ich bin high und ich rolle tief. Boah. Irgendwie immer, wenn ich Bones so sehe mit seinen, äh, mit seinen buscheligen Haaren, ich glaube, man... Ich möchte den knuddeln. Ich glaube, wenn man den so knuddelt, der freut sich auch, glaube ich, ein bisschen. Ich sag's jetzt. Boah, Junge. Die Dance-Moves von Bones sind's aber. Die Dance-Moves von Bones, Junge. Sind's. Warte. Habt mich ein bisschen erinnert an das Video von Garso, wo er Hamburger Flughafen war und jemand so geschrieben hat, ey, Garso, Junge. Und Garso so, ey, Junge. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das war auch meine Folie. Sehr geil, das war ein lustiges Video. Oh. Boah. Das ist so dieser Vibe. Das ist so ein Track, wo man in drei, vier Jahren denken wird, boah, wenn ich den Song höre, denke ich so an 2022. Mann, was war das für ein Sommer. Das wird so ein Ding sein, wo man echt in drei, vier Jahren, wenn man diesen Song hört, wird man an dieses Jahr jetzt denken. Wird man an jetzt denken, wo ihr dieses Video gesehen habt. Boah. Man sieht einfach, was für eine geile Zeit die Jungs haben. So viel Gold auf meinem Nacken, keine Bonke und keine Schürze. Fah, war, wollen dich zu fassen. War mit nem Jetski, du warst mehr. Yeah, mehr, fahr, war mir mit. Nehm jede Welle mit. Seh, das ist nicht. Auch wenn die Stimme meines Sünders, sechs, 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 sechs. Auf jeden Fall. Geil, Mann. Also, das sind wirklich 10 aus 10 Sommer, weiß man. Also, das ist jetzt nichts für die Party oder Club-Playlist, aber eher was für so eine Beach-Party oder halt. Digga, einfach für eine chillige Sommerrunde. Beim Grillen kannst du das auch anmachen. Beim Grillen, oh. Stell dir vor den Balkon, Grillen oder Stadtparkgrillen. Bam, bam, bam. Dieses Lied. Junge, kühles Kaltgetränk. Mua. Was willst du mehr? Geil. Geil. Ey, das ist ehrlich auch so, auf Palmas Plastik 1 und 2 gab es ja auch so ein paar ruhigere Songs, ja. Und ich finde es cool, dass wir hier auch ein paar entspanntere, vibige Songs haben. Geil. Das ist wirklich Sommer-Vibe. Das hat wirklich für mich so diesen Vibe von wegen, in ein paar Jahren man hört den Song und man denkt an jetzt, an diesen Sommer. Wisst ihr, man denkt da einfach dran. Geiles Ding geworden. Ich freue mich sehr auf das Album. Ich hoffe echt, dass es noch ein bisschen vielseitiger wird. Beziehungsweise, dass wir eben noch ein, zwei andere, so chillige Songs in diese Richtung haben und noch ein, zwei so ohne mein Team. Ich habe mir mal vorgestellt, was wäre, wenn ohne mein Team 2 kommt. Es wird entweder geisteskrank oder wäre vielleicht auch ein bisschen so, würde den Legenden-Shot davon vielleicht ein bisschen kleiner und so, ich weiß nicht, irgendwer wäre krass. Naja, ey Freunde, habt einen wunderbaren Tag, ja. Bleibt bitte so fresh und gut aussehend, wie ihr es seid. Bis dahin sehen wir uns und ciao.